Na, wie wär's mit einem Match, ha? Oh, Toni, die schlagen wir nie. Denen zeigen wir's nach dem kompletten Frühstück mit Kellogg's Frosties. Mh, die sind großartig. Lass ihn raus, den Tiger, sag ihm, dass du es kannst. Den Kellogg's Frosties schmecken so, die wecken den Tiger in dir. Und dir.